Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Die Zuseher auf Facebook haben entschieden, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema scheißfreundliche E-Mails. Was sind scheißfreundliche E-Mails? Wenn ihr einen halbwegs vernünftigen Arbeitgeber habt, dann werdet ihr wohl auf dieses Mittel nie zurückgreifen müssen. Aber für alle anderen Betriebsräte, die es mit Ausbeuterfirmen, mit cholerischen Chefs oder sonstigen Arschgeigen zu tun haben, da kann eine scheißfreundliche E-Mail für seelische Entspannung sorgen. Bei scheißfreundlichen E-Mails handelt es sich um eine besondere Kommunikationsform mit dem Arbeitgeber. Sowas hebt man sich für die besonderen Momente im Leben auf. Ihr kennt sicherlich das klingonische Sprichwort, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Im Grunde erläutert das genau den Gedankengang, der hinter den scheißfreundlichen E-Mails steckt. Wenn ihr in einer Position der absoluten Stärke seid, Im Allgemeinen betrifft das immer den Paragraf 87 des Betriebsverfassungsgesetzes, also immer dann, wenn eure Mitbestimmungsrechte betroffen sind. Und wenn ihr dann den Arbeitgeber auf irgendetwas hinweist, dann kann man das ja auf verschiedene Arten dem Arbeitgeber mitteilen. Ihr habt zum Beispiel einen Sesselpupserbetriebsrat abgelöst. Der vorherige Betriebsrat hat immer nur die Betriebsvereinbarung des Arbeitgebers ungesehen unterschrieben und in dieser Zeit hatte der Arbeitgeber ein schönes Leben. Jetzt hat er es aber mit euch zu tun. Und ihr wollt wirklich für eure Mitarbeiter was tun. Wenn ihr dann zum Beispiel die alten Betriebsvereinbarung kündigt und dem Arbeitgeber darauf hinweist, dass in Zukunft bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung einfach nur Paragraf 87 gilt, nämlich, dass ihr immer bei den Themen dort mitzubestimmen habt, dann kann man das auf verschiedene Arten dem Arbeitgeber mitteilen. Man kann das in einer wütenden Schrift machen, So, jetzt ist aber hier Schluss. In Zukunft läuft das nicht so wie in der Vergangenheit. Man kann das einfach ganz trocken mitteilen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Betriebsrat hat auf seiner Sitzung beschlossen, die Betriebsvereinbarung zur Urlaubsplanung fristgerecht zu kündigen. Wir fordern sie auf, unverzüglich eine neue Betriebsvereinbarung mit uns zu verhandeln. Mit freundlichen Grüßen, Betriebsratsvorsitzender. So kann man das natürlich machen, ist auch nichts Schlimmes daran. Aber wo ist denn da der Spaß? Wenn man es mit einem Arbeitgeber zu tun hat, der seit Monaten, Jahren die Arbeitnehmer knechtet, dann sollte man dem auch irgendwie mal schriftlich zeigen, dass jetzt ein ganz neuer Wind durch den Betrieb weht. Und wenn man das mit Hilfe einer richtig schönen scheißfreundlichen E-Mail macht, dann zeigt man dem Arbeitgeber aus einer Position der Stärke heraus, so Burschi, jetzt sind wir da. Und das einfache Leben ist jetzt vorbei, denn du musst jetzt erstmal an uns vorbeikommen. Nehmen wir mal zum Beispiel eine BV-Arbeitszeit. Es gibt garantiert nicht wenige Betriebe, in denen irgendwo noch eine BV-Arbeitszeit existiert, bei der der Arbeitgeber ganz alleine entscheiden darf, wie ein Arbeitnehmer zu arbeiten hat. Wann die Schicht anfangen soll, wann die Schicht enden soll. In der er ohne Probleme den einzelnen Arbeitnehmer anweisen kann, Überstunden zu machen, wo ein alter Betriebsrat einfach auf seine Mitbestimmungsrechte komplett verzichtet hat. Und da kommt ihr nur ins Spiel. Ihr macht schön den Beschluss, dass die alte Betriebsvereinbarung gekündigt wird. Und jetzt ist es an der Zeit, dem Arbeitgeber das mitzuteilen. Und das sind die Momente in meinem Betriebsratsleben, die ich am meisten genossen habe, wenn ich mich daran herangesetzt habe, um dem Arbeitgeber das ganz nett mitzuteilen, dass für ihn die Hölle auf Erden angebrochen ist. Und das fängt dann gleich schon mal mit der Einleitung an. Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, der Betriebsrat freut sich Ihnen mitteilen zu können, dass auf der Sitzung vom... Beschlossen wurde, die Betriebsvereinbarung zum Thema Arbeitszeit fristgerecht zum Ende des Monats zu kündigen. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Eine unerfreuliche Nachricht für den Arbeitgeber wird auf besonders freundliche Art und Weise formuliert. Wie weit ihr da gehen wollt, bleibt natürlich euch überlassen. Die Grenzen zwischen einer scheißfreundlichen E-Mail und offener Verarschung sind da ein bisschen fließend. Ihr könntet zum Beispiel statt, sehr geehrter Herr Geschäftsführer, unter den Namen einfach nur schreiben, werter Herr Meier. Und wenn ihr dann den Text weiterformuliert, dann macht ihr das genauso super freundlich wie die Einleitung. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, gilt somit ab dem 1. des Folgemonats nur noch die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes. Da wir als Gremium wissen, dass Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter besonders am Herzen liegt, werden wir in Zukunft darauf achten, dass die kräftezehrenden und gesundheitsschädlichen Überstunden auf ein Minimum zurückgefahren werden. Bitte reichen Sie deshalb den Dienstplan für die jeweils kommende Woche rechtzeitig zur Zustimmung beim Betriebsrat ein. Der Betriebsrat freut sich auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Ihnen und wünscht Ihnen für die kommende Personalplanung ein glückliches Händchen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Betriebsrat. Gerade bei Arbeitgebern, die eher ein explosives Temperament haben, wirken solche E-Mails Wunder. Es geht bei der Benutzung von scheißfreundlichen E-Mails nicht darum, Arbeitgeber einfach zu veräppeln. Es geht darum, zu zeigen, dass der Betriebsrat aus einer Position der Stärke handelt. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Das war's für heute, bis zum nächsten Mal und Tschüss!